Ich nutze seit etwa zwei Jahren zwei smarte TP-Link Steckdosen, zu denen ich unbedingt mal ein Video machen wollte und dieses Video kommt auch heute, aber weil nur ein Review zu denen ein bisschen langweilig und kurz wäre, dachte ich mir, dass ich das Ganze mit meiner Smart Home Erfahrung nach etwa zwei Jahren kombiniere. Los geht's! Die beiden Steckdosen kosten jeweils 20 Euro und sind somit recht günstig und bieten eine vielseitige Kompatibilität. Was soll ich groß zum Äußeren der Steckdose sagen? Unauffälliges und schlichtes Weiß, das nicht zu dick aufträgt und in jede Wandsteckdose passen sollte. Nach dem Auspacken und Einrichten kommen wir zum wichtigsten Teil der smarten Steckdose, der App. Die braucht ihr zum Einrichten und Steuern der Steckdose, wenn ihr die aber mit einem Sprachassistenten gekoppelt habt, muss die App nicht mehr installiert sein, weil ja alles über die Stimme funktioniert, mehr dazu später. Nach dem Einrichten landet man auf dem Startbildschirm der übersichtlich gestalteten App, die primär zur genauen Steuerung der Steckdosen vorhanden ist. Es gibt im unteren Bereich einige Unterteilungen, falls man noch andere Smart Home Produkte von TP-Link besitzt. Ich gehe jetzt aber auf die Steckdosen ein, die man natürlich ganz normal an- und ausschalten kann, unabhängig vom Ort, weil sie nicht auf Bluetooth limitiert sind. Weiterhin kann man einen Zeitplan erstellen, bei dem ein bestimmter An- und Abschaltzeitpunkt einstellbar ist, den man auch auf Sonnenauf- und Untergang festlegen kann. Eine ähnliche Funktion gibt es dann noch in Form des Timers, der das Licht eben nach einem Countdown an- oder abschalten kann. Zuletzt bekommt man noch Informationen zur Laufdauer der Steckdose angezeigt und man kann den Namen dieser natürlich noch ändern. Das Beste kommt aber zum Schluss und das ist natürlich die eben schon erwähnte Integration von Alexa und Google Home mehr dazu gleich. Das war es auch schon zur App und zur generellen Funktionalität dieser smarten Steckdose. Ich kann sie für den Preis auf jeden Fall empfehlen. Nun aber zu meinen persönlichen Erfahrungen. Ich habe die eben genannten Steckdosen an zwei Lampen angeschlossen. Eine steht auf meinem Bücherregal und die andere steht neben meinem Bett. Und somit ist mein Zimmer zwar nur in einer ganz leichten Version als Smart Home zu bezeichnen, aber trotzdem denke ich, dass es einige Vorteile für mich gibt. Zum einen ist es natürlich sehr praktisch, das Ganze über den Google Home steuern zu können. Wenn ich zum Beispiel abends im Bett liege, noch irgendwas lese oder so und dann das Licht ausmachen möchte und ausnahmsweise zu faul bin, irgendwelche Lichtschalter zu betätigen, dann ist es natürlich besonders praktisch. Und auch die Kopplung mit der App selber hat sehr gut funktioniert. Und es gibt eigentlich keine nennenswerte Verzögerung, wenn ich dem Google Home irgendwas zurufe. Und das hat mich wirklich positiv überrascht. Außerdem ist es natürlich sehr praktisch, das Licht vom anderen Ende der Welt zu steuern. Egal ob man es über die Zeitschaltuhr macht, aus Sicherheitsgründen oder falls man das Licht für jemand anders, der nicht weiß, wie das Ganze funktioniert, anmachen soll. Es ist auf jeden Fall sehr praktisch und das ist auf jeden Fall der Vorteil von einer WLAN-Steckdose gegenüber einer einfachen Bluetooth-Steckdose. Und auch die Zeitersparnis fand ich ziemlich gut, weil man dann, während man aus dem Raum rausgeht, besonders bei kleinen Tischlampen, keine Lichtschalter suchen muss, irgendwo am Kabel, sondern einfach schnell dem Google Home irgendwas zurufe kann. Oder falls man vergessen hat, das Licht auszumachen, kann man es natürlich auch von irgendeinem anderen Raum über das Smartphone steuern. Insgesamt kann ich euch solche Steckdosen auf jeden Fall trotz des günstigen Preises empfehlen, weil sie für mich den idealen Einstieg in die so große Smart Home Welt darstellen. Und man sie in einer Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten nutzen kann. Das war es jetzt mit diesem Video. Wenn ihr weitere Videos zu vielfältigen Themen nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!